Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um die Überwinterung von einheimischen Ameisenarten. Zuerst erkläre ich euch warum Ameisen überhaupt Winterruhe halten müssen. Zum einen sind sie wechselwarm, das heißt ihre innere Temperatur entspricht der Außentemperatur. Wenn es also draußen nur 5 Grad warm hat, dann ist die Körpertemperatur der Ameisen auch nur 5 Grad. Das ermöglicht den Ameisen kurzfristig sich an die Temperatur anzupassen und so eben keine Energie verbrauchen zu müssen. Ursprünglich kommen Ameisen eigentlich aus den warmen Tropen, wo sie eben eine Winterruhe eigentlich nicht benötigen, weil es immer gemäßig warm ist. Dann sind aber einige Ameisenarten in nördlichere Länder ausgewandert und dort brauchten sie eine bessere Strategie, um eben einen Winter zu überdauern. Winterruhe bedeutet eigentlich, dass die Ameisen ihren gesamten Stoffwechsel zurückfahren und eben keine oder fast keine Energie mehr verbrauchen. Ameisen hält man also in der Winterruhe am besten zwischen 0 und 10 Grad Celsius, damit ihre innere Uhr eben nicht durcheinander gebracht wird. Überwintern tut man Ameisen entweder im Kühlschrank, im Keller oder auf dem Balkon. Ich persönlich finde es im Kühlschrank am besten, weil ihr im Keller nicht weniger als 10 Grad habt und auf dem Balkon eben auch im Winter unter 0 Grad habt und der Kühlschrank eben konstant zwischen 3 und 5 Grad habt. Kommt darauf an, wie ihr ihn eingestellt habt.